Hallo, da bin ich wieder zur Qigong Übung Teil 4. Altes Loslassen und Neues Begrüßen. Stell dir vor, wie du deine Sorgen, deinen Kummer, wie du alles loslässt und wie du Neues in deinem Leben begrüßt. Freude, Glück, Liebe, Licht. Eine wunderschöne Übung. Am Anschluss gibt es natürlich wieder meine vier Teile zusammengefasst, damit du dir ein Bild machen kannst, wie das dann aussieht. Viel Spaß beim Üben. Grundstellung, Einfuß zur Seite. Beziehen die Arme auseinander und geben sie zusammen. Einatmen, Ausatmen. Stell dir vor, wenn du die Finger auseinanderziehst, wie Fäden in den Händen. Du ziehst die Fäden auseinander und lässt somit das Alte los. Einatmen, Ausatmen. Und jetzt hältst du die Freude fest. Das Alte loslassen, die Freude festhalten. Einatmen, Ausatmen. Einatmen, Ausatmen. Einatmen, Ausatmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.